Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Würzburger Kickers, Regionalliga Bayern, 2014-2015, erster Spieltag, Bayern München U23 gegen Würzburger Kickers, Endgübnis 1 zu 2. Startelf, Bayern München U23. Bastian Schweinsteiger, Startelf von Würzburger Kickers. Wölmkos-Werski, Demirtes, Volchelkow, Schubelhauer, Notrangel, Haller, Bilik, Schmid, Schabrotzata, Leverins, Bayer, das war's von Bayern München U23 gegen Würzburger Kickers, 12 Uhr 36.